Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forever Stranded. Da sind wir wieder, endlich, nach der großen Aufnahmesession. Und heute geht's wieder weiter mit der Advanced Blocketry, weil wir so lange Pause gemacht haben, es ist so weit, dass wir endlich mal wieder was machen müssen. Ich lasse gerade in der Arc Furnace, lasse ich gerade Stahl schmelzen. Wie weit sind wir hier, wenn es gut geht, läuft. Was ich mich frage, was ich nicht finden konnte, leider vielleicht hat jemand von euch eine Ahnung, wie man die Arc Furnace schneller machen kann. Es heißt ja hier, Speed und so wird ja angezeigt. Ich denke mal, es liegt an den Coils, aber was anderes kann man da ja eh gruselig nicht verändern. Das heißt, welche Coils wären da am besten, um das Ding so schnell wie möglich zu machen? Ich habe jetzt gerade Aluminium Coils drin, vorher hatten wir ja Copper Coils drin, die waren beide gleich schnell, also quasi keine Veränderung. Ich nehme mal an, dass dann Iridium und Titanium Coils dann den Unterschied machen, nehme ich an. Aber die sind natürlich extrem teuer. So, hier, genau, da brauchen wir jetzt, ähm, so. Also der Nächste ist nochmal den Electrolyzer, den brauchen wir, um das Rocket Fuel zu machen. Und so, Elektrolyzer. Dafür brauchen wir diese zwei lustigen Dinger hier. Das sind Basic Circuit Plates, Gold, Redstone, Silicon Wafer. Gold, Redstone, Silicon Wafer. So. Dann gehen wir an den Assembler. Input. On. Go. Aha. Einmal pressen. Ist ja auch extrem lahm, irgendwie. Herrje. Okay, also das Circuit ist gepresst, wird Redstone draufgeschrieben, nehme ich an. Und jetzt das Ganze finalisiert und gebacken. Klingt auf jeden Fall klug. Klug. Bäm. Witzig. Und klapp. Yay. Okay. So, den müssen wir jetzt zerschneiden, korrekt. Basic Circuit. Und zwar, äh, vier Basic Circuit zerschnippelt in der Schnippelingmaschine. Wo ist hier hin? Da. Äh, nein. Input. An. Schnipp, schnapp. Silicon Wafer ab. Sehr schön. Danke schön. Okay. Ähm. Und das hätten wir. Dann brauchen wir jetzt den grünen und blauen. Stahlplatten habe ich hier noch. Interface. Redstone fehlt. Stahlplatten fehlen. Inzwischen haben wir jetzt auch richtig viel Stahl. Machen wir mal 16 Stahlplatten. Wir haben hier das falsche Gerät. Gibt das? Okay. Flipp. Und flipp. So. Okay, das kommt weg. Das wird noch gleich eingeschmolzen hier. Bist mal fertig. Fast. Okay. Was essen? Habe ich noch Essen in meiner Tasche? Ja. Oh. Die sind sogar gut. Gut, gut, gut. Okay. Dann brauche ich wieder das gute Gerät. Das, ähm. Das noch nicht verdingseln. Okay. Erstmal. Nein. Erstmal das. Wir brauchen den Electrolyzer. Electrolyzer. Den da. Wir brauchen eine Wasserquelle dafür. Oh, das ist komisch. Äh. Und. Tja. Ich frage. Bauen wir das Ding jetzt extra dafür hier hin? Könnten wir tun. Strom haben wir hier. Wie groß ist es denn? So groß. Also hier hin. Fluid. Ja. Das könnten wir dann hier dran pappen. Ja. Das klingt doch sehr gut. Okay. Mhm. Dann müssen wir eventuell im Endeffekt das hier noch weiter verschieben. Weil wir nämlich dann noch eine zweite Maschine dran haben müssen. Das könnte gerade so passen. Muss aber nicht. Warum habe ich Powered Eisen jetzt hier? Oh. Shit. Was passiert hier? Warum? 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 Ist jetzt gerade hier voll gelaufen. Ist hier irgendwas voll? Ist die voll? Nein. Auch nicht. Hä? Warum? Hattest du nicht auch ein Stack Upgrade? Ne. Wieso hatten wir da mal Stack Upgrades reinbauen? Das wäre glaube ich clever. Aber okay. Stack Upgrade. Ihr kostet auch GP, ne? Oh. So. Plus 5. Wui. Das ist viel. Wie viel haben wir denn inzwischen ausgegeben hier? Okay. Wir sollten gleich langsam mal die weiteren Watermills dazu packen. Vier habe ich sogar noch. Perfekt. Gut. Gut. Buckets. Ähm. Buckets. Okay. Gut. Ach was soll's. Scheiß drauf. Wir machen einfach welche. Inzwischen haben wir es ja. So. Klaue ich ganz kurz den hier. Okay. Dann braucht man weitere Dingens. Ähm. Was nehmen wir denn? Als Baumaterial dafür vielleicht? As, ähm. Sandstone? Da muss einer hin. Und da muss einer hin. Also eigentlich. Puh. Schwierig. Das kriegen wir schon hin irgendwie. Wenn ich so laggen würde, wäre alles ganz gut. Hopp. Ja. Hopp. So. Watermeal. Die werden zwar nicht so viel produzieren, aber es ist mir jetzt gerade ziemlich egal. Hauptsache sie stehen. So. Brunnen. Okay. Klicke mit dir. So. So. 16. 16. 12. Das klingt doch ganz gut. Ich. Puh. Will ich jetzt. Ach. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ähm. Wir haben jetzt 152 wieder. Gut. Das heißt, die vier Stack-Up Rates. Äh. Drei Stack-Up Rates können wir uns auch leisten. Auf jeden Fall. Äh. Ähm. Ja. Äh. Nicht mein Fell. Please. So. Ähm. Gut. Stack-Up Rates. Stack. Perfekt. Passt genau. Schwupp. Und. Huhn. Nerv nicht. Speed-Up Rates drin. Muss nicht. Danke. Nimm das. Und du, ne? Ja. Speed-Up Rates raus. Das rein. So. Schon ist alles gleich viel einfacher. Korrekt. Korrekt. So. Jetzt wird gesteckt. Komm schon. Tun wir eben ganz kurz hier. Speed. Speed. Na gut. Ich helfe mir. Mann. Ähm. Dann kriegst du eins. Ich kriege dann jeweils immer eins. Einfach weil wir es können. Und weil es eh schon im Verbrauch war. Äh. Quatsch. Die kriegt der. Müsste eigentlich zwei kriegen, weil der weitesten weg ist. Ähm. So. Oki doki. Oki doki. Ach, Hühnchen. Es tut mir leid, aber ihr versteckt euch ja fein. Das ist ja ganz toll. Nervensägen. Ach, furchtbar. So. Assembler. Assembler. Ne, Quatsch. Wir brauchen den Elektrolyser. Da waren wir dabei. Steuerplatten. So. Elektrolyser. Und hopp. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir den Rest davon noch. Und zwar Fluid-In- und Outputs. Outputs. Hier, wie auch immer. Nein, nicht du. Du. Ja. Dann brauchen wir noch was genau? Ähm. Powerplug. Zwei Stück. Gold. Coils. Körper Titanium. Fluid-Output. Fluid-Input. Maschinenstruktur-Blöcke zwei. Okay. Maschinenstruktur-Blöcke. Zwei Stück. Fluid-Input. Zwei Fluid-Output. Elektrolyser. Ähm. Output. Input. Ist das korrekt? Input ein. Output zwei. Ah, okay. Dann. Wie viele Coils? Ähm. Eine Coil. Zwei. Powerdinger. Nehmen wir. Gold Coils. Weil ich kann. Vielleicht. Ein oder zwei. Ich weiß nicht. Moment. Und. Ähm. Was habe ich gesagt? Achso. Power Plug. Power Plug. Eins, zwei. Eins, zwei. Gut. Dann gucken wir mal. So. Elektrolyser. Fluid-Output. Fluid-Output. Fluid-Input. Maschinenstruktur-Block. Maschinenstruktur. Nach oben scrollen. Coil und die Geräte. Äh. Coil, Coil, Coil. Eine Coil. Flupp. Und to go. Ja, sehr schön. So, jetzt will ich hier noch ein bisschen aufräumen. Dass wir hier anständig arbeiten können. Ja. Ja. So. Dann müssen wir Fluid irgendwie bekommen. Das muss... Coon-Tanks. Das muss... Hab ich gesagt? Hier hinten rein? Hier hinten? Da rein? Genau. Gut. Dann besorge ich mal Fluid-Pipes. Fluid. Pipe. Pipe. Ähm. Ob das geht? Das ist ja eine gute Frage. Ich muss nur... Nee, ich glaube, das machen wir lieber anders. Weil das kann man, glaube ich, bei denen nicht ganz so gut steuern. Obwohl, die haben auch Wrenches, ne? Wir testen das mal. Ähm. Engineering Hammer. So, Output. Und das Ding muss weg. So, und zwar... Weg. Aha. 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 So, wenn wir jetzt hier sagen... Ähm. Push. So, keine Power. Aber Wasser kriegst du auf jeden Fall schon mal. Denke ich. Ähm. Ich mach mal einfach mal an. Bzzz. Witzig. So, ähm. Strom. Natürlich Strom. 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 Da brauchen wir dann schon MV. MV Wire. MV Connector. Und wir haben jetzt einen Connector brauchen wir. Äh. Die Connectoren. Hab ich da welche? Nee. Hab ich noch Clay? Ein bisschen. Ja, das war schon mal vorbereitet. Wir müssen auch bald mal den, ähm, Void. Den, den, den. Void Material Dingensproduzierer da mal bauen. Deswegen. Ist das schon mal vorbereitet? So. Schön. Hab die, hab die. Ich hoffe, hier kommt genug Strom an. Sieht gut aus. Oh, das geht so recht fix. Wie schön. Wie schön. Hier wird Electrolyzed. Du bist Fluid Output. Ja, ne? Ähm, wenn ich den dann direkt da dran baue. Als nächstes brauchen wir den. Den, 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 den. Ähm. Chemical Reactor. Genau. Den brauchen wir. Ich glaube, der ist genauso groß wie der. Ja, das könnte irgendwie kommen. Motor. Power. Hinten ist Fluid Output. Output. Fluid Output. Und wo ist dann bei dem. Chemical Reactor. Fluid Input. Okay. Puh, das könnte schwierig werden. Ich baue. Ich baue halt anders hin. Das ist natürlich fluide-technisch äußerst blöd. Apropos blöd. Wir brauchen noch ein Tank. Zum Glück sind die so günstig. Wenn ich schreiben könnte, wäre das auch alles kein Problem. Input. Also. Der Tank muss an den Output. Output, Output, Output. Irgendein Output. Das kommt weg. Hinfort. Pull. Ja. Du tust produzieren. Aber wohin? Ach doch. Es ist... Oh. Okay. Ach so. Stimmt. Du produzierst zwei... Produzierst du zwei Sachen? Wasserstoff. Okay. Wasserstoff liegt natürlich oben. Ganz klar. Ach. Deswegen. Okay. 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 Gut. Lass uns das mal so stehen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.